Wer einkaufen geht und nur einen bestimmten Betrag in der Tasche hat, der wird sicher im Kopf ausrechnen, wie viel der Einkauf kosten wird. Um da nicht auf den Cent genauer rechnen zu müssen, rundet man die einzelnen Beträge in der Regel auf, so dass man am Ende zwar nicht den genauen Endpreis weiß, aber zumindest grob, ob das Geld ausreicht. Das ist nur eine von vielen Situationen, in denen es sich anbietet, Zahlen zu runden. Doch wie geht das denn eigentlich? Erstaunlicherweise wissen das sehr viele Menschen nicht und machen das regelmäßig falsch. Dabei haben wir gerundete Zahlen meist viel lieber. Wenn man eine Zahl rundet, dann macht man sie immer ungenauer. Wer etwas für 1,99 Euro kauft und hinterher sagt, es hätte 2 Euro gekostet, der tut das nicht, weil er bewusst lügen möchte, sondern weil es sich lediglich um einen Unterschied von 1 Cent handelt und sich ohnehin jeder 1,99 Euro als 2 Euro vorstellt. Die Zahl wird also ungenauer, aber man kann sie sich nicht nur leichter merken, sondern auch einfacher mit ihr rechnen. Wer es genau haben möchte, der sollte besser nicht runden. Aber manchmal sind zu genaue Angaben auch nicht gut. Wenn wir zum Beispiel 10 Euro auf 7 Personen aufteilen müssen, würde jeder 1,42857 Euro bekommen. Das ist mathematisch zwar völlig richtig, aber in der Praxis geht das nicht, denn der kleinste Betrag einer Euro-Münze liegt bei einem Cent. Wenn wir die Zahl also so genau angeben, täuschen wir diese Genauigkeit nur vor, denn in der Realität funktioniert das einfach nicht. Manchmal ist es also nötig, dass man rundet, aber dazu muss man wissen, wie es geht. Macht man es nämlich falsch, steht man unter Umständen an der Supermarktkasse und hat zu wenig Geld dabei. Es gibt nur zwei Arten zu runden. Entweder man rundet auf oder man rundet ab. Beim Aufrunden wird die Zahl größer, da man zur nächst höheren Zahl rundet und beim Abrunden wird sie kleiner, da man, ihr ahnt es sicher, zur nächst kleineren Zahl rundet. Beiden Rundungsarten ist eine Sache gemein. Die Stellen der Zahl, die gerundet werden sollen, werden zu einer Null. Was das zu Bedeuten hat, das schauen wir uns jetzt genauer an. Beim Runden gilt folgende Regel. Zahlen von 0 bis 4 werden abgerundet, Zahlen von 5 bis 9 aufgerundet. Wichtig hierbei ist, dass man weiß, auf welche Stelle man runden soll. Soll man bei einer vierstelligen Zahl zum Beispiel auf den Hunderter genau runden, muss man sich die Zahlen nach dem Hunderter ansehen, also den Zehner. Steht hier eine Null, Eins, Zwei, Drei oder Vier müssen wir den Hunderter stehen lassen, denn beim Abrunden ändert sich die Stelle, auf die gerundet werden soll, nicht. Steht als Zehner eine 5, 6, 7, 8 oder 9, wird der Hunderter aufgerundet, also in die nächst höhere Zahl umgewandelt. Hier gibt's mal ein Beispiel. Die Zahl 1428 möchten wir auf den Hunderter runden. Der Zehner ist also entscheidend dafür, wie der Hunderter sich verändert. Die Zwei sagt uns, wir müssen abrunden, so dass aus der Zwei eine Null wird und aus allen Stellen nach der Zwei auch. Die Acht wird also ebenfalls zu einer Null. Da sich beim Abrunden die Stelle, auf die gerundet werden soll, nicht ändert, bleibt die 4 stehen. Aus 1428 wird beim Abrunden also 1400. 7681 möchten wir ebenfalls auf den Hunderter runden. Wir sehen uns also den Zehner an. Die Acht sagt uns, wir müssen aufrunden. Aus der Sechs wird jetzt also eine Sieben. Und die beiden letzten Stellen werden wieder zur Null. Die gerundete Zahl lautet also 7700. Es ist enorm wichtig, dass ihr darauf achtet, worauf ihr runden sollt. Man könnte ja auch auf die Tausender oder die Zehnerstelle runden. Dann sehen die Zahlen natürlich anders aus. Habt ihr eine Zahl mit Ziffern nach dem Komma, dann spricht man nicht mehr von Einern, Zehnern und so weiter, sondern von Stellen nach dem Komma. Also zum Beispiel soll man auf drei Stellen nach dem Komma runden. Das heißt, die vierte Stelle gibt uns an, ob wir auf- oder abrunden müssen und da aus ihr am Ende eine Null wird, schreibt man sie dann gar nicht mehr hin. Denn innerhalb einer Dezimalzahl macht eine Null als letzte Kommastelle keinen Sinn. Man sagt ja auch nicht, das kostet 20,00 Euro. Auch hier ein Beispiel. 5,67441 soll auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet werden. Die 7 bleibt also entweder oder sie wird zu einer 8. Die Stelle nach der 7 ist die, die für uns wichtig ist. Laut der Regel müssen wir bei einer 4 abrunden, die 7 bleibt also und im Grunde werden aus allen Ziffern nach der 7 Nullen. Die Zahl würde also gerundet lauten 5,67000. Die Nullen lässt man aber weg, da sie völlig unnötig sind und so lautet die Zahl 5,67. Jetzt gibt es etwas, was man gerne falsch macht und das will ich euch noch zeigen, damit ihr das ja nicht macht. Nehmen wir uns die Zahl 248. Stellt euch vor, das ist der Preis für ein Fahrrad, das ihr euch kaufen möchtet und für das ihr lange gespart habt. Der Verkäufer sagt, ihr sollt den Preis auf den 100er runden. Das ist zwar in der Realität nicht üblich, aber ich will euch verdeutlichen, was euch bei einem Rundungsfehler blühen kann. Richtig gerundet würde aus dem eigentlichen Preis von 248 Euro ein Schnäppchen mit 200 Euro werden, ihr würdet also 48 Euro sparen. Jetzt gibt es aber viele, die glauben, man würde beim Runden hinten anfangen und so lange alle Zahlen runden, bis man an der Stelle ankommt, auf die man runden soll. Das heißt, man fängt hinten an und schaut sich zunächst die 8 an. Sie sagt, dass die vorherige Zahl aufgerundet werden muss. Aus der 8 wird also eine 0 und aus der 4 eine 5. Erst jetzt schaut man sich die 10er Stelle an, die ja nun eine 5 ist und rundet damit den 100er auf eine 3 auf, so dass man in diesem Fall 300 Euro für das Fahrrad zahlen müsste. Also 52 Euro mehr als der eigentliche Kaufpreis. Wie gesagt, in der Praxis ist dieses Beispiel absurd, aber daran merkt ihr, wie wichtig es sein kann, richtig zu runden. Darum fangt bei einer Zahl niemals hinten an und rundet eine Stelle nach der nächsten, bis ihr zum Ergebnis kommt, sondern schaut euch nur die Stelle an, auf die ihr runden sollt und eine Stelle danach. Der Rest ist für das Runden völlig egal. Eine Sache noch, damit ihr spätestens jetzt versteht, wie wichtig es ist, richtig zu runden. Wenn ihr Zeugnisnoten bekommt, wird aus einer 3,49 eine 3,5 und das wird zu einer 4 aufgerundet. Hier hat man genau das gemacht, was ich gerade als falsch bezeichnet habe. Das ist aber gar nicht falsch, denn bei Noten gelten andere Regeln. Zwar wird auf eine Stelle nach dem Komma gerundet, aber wenn im Zeugnis am Ende eine ganze Note stehen muss, muss der Lehrer eben erneut runden. Wenn ihr also rechtzeitig euren Durchschnitt ausrechnet, könnt ihr so eine blöde Note verhindern. Also immer schön richtig runden, sonst zahlt ihr ruckzuck zu viel oder bekommt die schlechtere Note. Denn ob ihr es glaubt oder nicht, auch Lehrer wissen oftmals nicht, wie man rundet und so manche Note wäre besser, wenn sie es wüssten. Aber jetzt wisst ihr ja, wie man es richtig macht und könnt das euren Lehrern mal erklären. Frohes Runden und vielleicht ja bis zum nächsten Video.